Musik Das sind im Wesentlichen die Menschen, die jetzt hinter mir stehen, die auch hinter der Sache gestanden haben. Heute eine Schlüsselübergabe für den einen Teil, den kleineren Teil, das sogenannte KUFA Soziokulturelle Zentrum. Das machen wir heute, weil das die Stadt übergibt an den Betreiber, der viele Jahre an einem Konzept gebastelt hat für etwas, was es fast 20 Jahre in Braunschweig nicht mehr gegeben hat. Jedenfalls nicht so. Viele erinnern sich noch an das alte FPZ und es ist eben seit 2002 nicht mehr existent. Und sicherlich hat es in der Zeit auch gute Ideen gegeben und gute Orte in Braunschweig, die einen Teil dessen abgebildet haben. Aber irgendwie war nicht nur bei mir das Gefühl, hier fehlt was. Und wir brauchen etwas und wir brauchen Veranstaltungsorte, wir brauchen Treffpunkte, wir brauchen Orte für so etwas wie ein soziokulturelles Zentrum. Wir brauchen Menschen, die etwas tun wollen in Bereichen, die nicht von vornherein ganz klar definiert sind. Und die hat es immer gegeben und immer gab es die Forderung, mach doch mal was. Und ich kann mich sehr gut erinnern, dass mir völlig klar war, wir machen etwas, wir wollen etwas machen. Und es war auch sehr klar, es gibt dafür eine politische Mehrheit in der Stadt. Und dass es dann doch so lange gedauert hat und mit so vielen Schwierigkeiten verbunden ist. Nun ja, das hätte ich mir nicht gedacht und das hätten sich viele andere auch anders erhofft. Aber so ist das Leben nun manches Mal. Und wenn Sie gleich reinschauen, werden Sie sehen, was hier entstanden ist. Das gibt es nicht von der Stange. Da braucht man nicht nur gute Ideengeber, Männer und Frauen, Architekten, Planer. Da braucht man mutige Investoren, die sagen, das machen wir an sich ein verrücktes Thema, was wir hier versucht haben abzubilden. Und die Stadt Braunschweig hat eben nur einen Teil dazu beigetragen. Das haben wir von vornherein auch so zugesichert. Wir werden die Miete übernehmen, wir werden den Verein KUFA unterstützen dabei, das Ganze mit Leben zu gestalten. Wir werden das positiv, kritisch, konstruktiv, so wie man uns alle kennt, auch die kulturelle und auch die politische Landschaft in dieser Stadt begleiten und weiterentwickeln wollen. Ich sage dem Verein herzlichen Dank auch dafür, dass Sie so lange durchgehalten haben. Auch andere Orte sich schon mal vorgenommen hatten, mutig nach vorne gegangen sind, ein bisschen zurückgepfiffen worden sind, nie aufgegeben haben. Das wird ein ganz spannender Ort. Na, das ist schon ein spannender Ort. Das habe ich immer wieder gesagt. Der Westbahnhof entwickelt sich in einem Maße, wie man das sich vielleicht ausdenken kann, aber nie planen kann, weil das Leben immer ganz anders kommt. Vieles ist hier. Wir wollten das mal starten lassen, damit sich drumherum etwas entwickelt. Jetzt hat sich drumherum schon ganz viel entwickelt und jetzt kommt dieses doppelte Zentrum hierher. Ich wünsche Ihnen allen richtig viel Erfolg. Das haben Sie sich verdient. Das haben die mutigen Investoren sich verdient. Das hat der Verein KUFA sich verdient. Das hat diese Stadt sich verdient. Und Glück auf für unser neues soziokulturelles Zentrum, das KUFA-Haus. Dankeschön. Wir merken täglich, wie ein großer Bedarf ist. Es geht jetzt so nach und nach los. Darauf freuen wir uns. Vielen Dank.